Lust auf absolut leckere Hackbällchen mit Karottengemüse und Kartoffelbrei in einer Chamignon-Rahmsauce? Dann seid ihr hier genau richtig. Schmeckt absolut lecker, geht super, super einfach. Und dazu müsst ihr zuerst einfach nur Kartoffel schälen, die klein schneiden, dann in kochendes Wasser geben mit etwas Salz, die für 20 Minuten kochen. Dann nehmt ihr eure Karotten, schält eure Karotten, schneidet sie klein, gebt dann etwas Butter in einen Topf, lasst sie ausgeben, gebt Zwiebeln dazu, eure Karotten, lasst die für 20 Minuten ziehen, gebt dann noch etwas Zwiebeln hinzu, schneidet euch währenddessen eine Schalotte oder eine Zwiebel auf, in kleine Würfel, gebt euer Hack in eine Schüssel, gebt Senf dazu, Salz, Pfeffer, ein eingeweichtes Brötchen, dann etwas Paprikapulver und Muskatnuss, vermengt es gut. Gut, nehmt euch dann kleine Hackbällchen, die formt ihr dann, gebt sie alle in einen Topf oder in eine Pfanne, bratet sie gut an mit etwas Butter, wenn die fertig sind, noch euer Karottengemüse würzen, schaltet eure Champignons auf, gebt die dann in die Pfanne von den Hackbällchen, bratet sie kurz an, Gemüsebrühe und Sahne dazugeben, aufkochen lassen, macht dann noch euren Kartoffelsalat, Kartoffelbrei fertig mit warmer Milch, Muskatnuss, Pfeffer und Petersilie und dann könnt ihr schon anrichten.